Momentan habe ich das Gefühl, dass AFK Arena in richtiger Gönnerlaune ist, vor allem jetzt hier kurz vor Weihnachten, denn wir haben tatsächlich noch ein weiteres Event und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wann das Event bei uns auf den globalen Servern kommt, kann ich euch leider noch nicht sagen, ich würde aber sagen, ja, so in drei, vier Tagen ungefähr. Wir klicken jetzt hier einfach mal gemeinsam direkt drauf auf Events und zwar, ja, nennt es sich die Frostigen Inseln. Das Ganze ist hier wieder in zwei Events unterteilt, also es ist natürlich ein Event und ja, ich würde sagen, wir klicken jetzt hier erstmal auf das linke drauf und an sich kennen wir das Ganze natürlich. Ja, wir befinden uns jetzt hier wieder auf dieser Insel und können natürlich mit diesen Schlüsseln dann hier wieder diese ganzen Karten öffnen. Natürlich stellt sich jetzt auch wieder bei einigen die Frage, woher bekommt man diese Schlüssel? Diese bekommen wir halt ganz normal aus diesen Tagesquest-Truhen, also wir bekommen pro Truhe insgesamt sechs von diesen Schlüsseln, also insgesamt dann mal fünf, was uns dann pro Tag insgesamt die Chance gibt hier auf 30 Puls in diesem Event. Und ja, wir haben hier wieder drei Belohnungen zur Auswahl, ich würde sagen, ich öffne das Ganze einfach mal, vielleicht habe ich ja direkt hier ein bisschen Glück und ihr seht auch schon, ich ziehe hier welche von diesen Blumen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier nämlich jetzt mal die erste Belohnung ziehe. So, okay und tatsächlich hat es ein bisschen gedauert, bis ich meine erste Belohnung gezogen habe. Jetzt habe ich die Möglichkeit hier weiterzuziehen, also falls ihr jetzt unbedingt die roten Embleme oder die goldenen Embleme haben wollt, wir können uns gleich auch nochmal hier die ganzen Belohnungen anschauen, wenn ich jetzt auf die nächste Insel drücke. Falls ihr auf jeden Fall eine von den anderen Belohnungen dann noch haben wollt, dann habt ihr die Möglichkeit hier einfach weiterzugehen und euch die nächsten Belohnungen einzusammeln. Ihr könnt aber jetzt einfach hier ganz normal auf weiter draufdrücken, kommt dann auf die zweite Insel und das ist nämlich ganz wichtig. Wir schauen uns jetzt hier nämlich mal gemeinsam die Belohnungen an. Das sind die Belohnungen von Ebene 1 bis 9, sind natürlich jetzt keine ultra krassen Belohnungen, aber die Belohnungen ab Ebene 10 oder beziehungsweise die Belohnungen für jede zehnte Ebene sind natürlich nochmal ein bisschen krasser. Also wir haben hier zum Beispiel Sterndeuterkarten bei Schriftrollen, noch mehr Hotelmarken und generell einfach noch mehr von diesen ganzen Ressourcen, die wir hier erhalten können. Deswegen würde ich persönlich sagen, dass es sich lohnt, direkt nach der ersten Belohnung auf die weiteren Ebenen zu gehen. Das haben wir auf jeden Fall schon mal hinter uns und dann würde ich sagen, kommen wir in den zweiten Part des Events und das ist glaube ich immer ein bisschen geilere und zwar, ja ihr seht es schon, habe ich hier gerade fürs Öffnen diese ganzen Blumen oder wie man das Ganze hier auch nennen möchte, erhalten und damit kann ich mir im Shop wieder Dinge kaufen. Hier haben wir wieder Embleme dabei, lilane, goldene, rote Embleme, Futterhelden sind auch am Start, Rüstungsteile T1 bis T3-Steine sind auch am Start, eine relativ geile Sache, Embleme für die Gravuren, Wechsel, Schriftrollen sind auch dabei, Hotelmarken, verdrehte Essenzen, was haben wir hier drinne? Genau, die Fragmente für die Duras-Artefakte und die Helden, die wir hier drinne haben, sind auf jeden Fall schon mal echt sehr, sehr geil. Also die Zwillinge braucht man auf jeden Fall im verdrehten Reich, Alna braucht man in den späteren Kapiteln, genau wie Lucrezia. Mortas ist auch ein sehr, sehr guter Held, braucht man jetzt zwar vielleicht nicht unbedingt auf mythisch oder auf aufgestiegen, da reicht schon eine Elite-Plus-Kopie, aber vor allem für die Bosskämpfer auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Held. Wukong, Cecilia, Peggy fühle ich jetzt persönlich nicht so. An Tandra hat man letztes Mal eine Abgrund-Expedition gespielt, Tidus ist auf jeden Fall ein guter Held, vor allem mit drei von neun roten Möbeln. Im Reißerturm funktioniert der echt sehr, sehr gut, Tarsi und Lorsan sind auch nicht schlecht und dann haben wir hier noch, ja, Toran und Kelthor für den Toran-Cheese, also falls man einen von den beiden da noch brauchen sollte, kann man sich die auch abholen, also was auf jeden Fall schon mal wirklich eine sehr, sehr geile Sache ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass noch ein weiteres Event in AFK Arena hinzugefügt wurde, wir sehen, diese Liste hier ist auf jeden Fall schon sehr, sehr voll, gefällt mir auf jeden Fall, schreibt mir eure Meinung zu dem Event mal in die Kommentare. Ist natürlich jetzt kein komplett neues Event, aber es ist auf jeden Fall mal wieder eine Abwechslung. Diese Insel-Events hatten wir jetzt glaube ich auch schon wieder zwei, drei, vier Monate nicht mehr, deswegen finde ich das Ganze auf jeden Fall relativ okay. Und ja Leute, das soll es dann tatsächlich gewesen sein von dem Video, falls ihr das Video gestern hier zu dem neuen Modus Zeitspalte verpasst habt, dann werde ich euch das Video jetzt hier nochmal in der Endcard einblenden. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in einem der nächsten Videos von mir. Macht es euch Leute auf jeden Fall gut und ciao.